Ich würd fast sagen, stell auf leicht. Gewissen hat entschieden, ich kann nichts dagegen tun. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen feige, aber... Ich will leben. Dieser Raum stresst. Vor allem, wo verdienen die denn was Nettes? Ja, besonders kommen jetzt noch ein Gegner. Geht's schon wieder rum, Blubbert? Was sind die denn alle? Tatsächlich, die wachsen echt wieder nach. Oder? Nö. Nicht? Vielleicht das andere, das linke. Oh ja. Also wachsen sie wieder nach. Doch, die hatten's kaputt gehabt eigentlich. Och man. Oh man. Also da hinten gibt's nichts mehr. Oh man. Ich würd sagen... Sprinte dahin. Ist das neben der Tür? Gab's da was? Wird der Wassermediker drin sein? Oh mein Gott, yes. Hier gefällt's mir. Also wahrscheinlich eigentlich gar nicht, weil gleich wieder voll was... Sechs sollte Fußballer werden. Ja, passiert, aber... Okay, da hinten lang. Das heißt, wir gehen da erstmal nicht lang. Weil es hier viel süßer ist. Wie zum Beispiel wegen... Medikit. Weil ich mich voll gut fühle. Geil. Jetzt sitze ich hier wieder gerade. Grade 3. Ist hier die Grundschule? Süß. Sind die alle hässlich? Was ist das denn? Das ist Psycho-Emo-Gon. Und wer ist das? Das ist ein Martianer. Verschlossen, das freut mich. Ich will nicht in die Schulklasse gehen. Mit Vonobi-Pikachus. Ist aber groß... Boah. Ist das die? Die stirbt jetzt. Macht das jetzt bumm? Ketchup! So. Oh, das ist so traurig. Mann, ist die dumm. Das ist so traurig, ist die dumm. Ja, das ist... Hm? Das ist so traurig, dass die so dumm ist. Achso. Nein, natürlich rührt mich diese... Wie Kindertagesstätte. Natürlich rührt mich diese herzerweichende Geschichte. Was willst du da jetzt eigentlich mit diesem Dreirad? Fahren? Das hatten wir schon. Das funktioniert nicht. Eishack ist zu fett. Ich bin nicht fett. Damit? Fahr. Wenn du ein paar Gleise anmachst... Hm? Nein, ooooh. Wenn du dich einfach darum drückst, in den nächsten Raum zu gehen. Müssen wir uns jetzt gleich mit Babys prügeln. Babys töten. Mit Babys prügeln. Babys die Arme rausreißen. Was ist da wie denn da? Eine Bastelschere. Eine Plastikschere. Ich komme nicht durch. Du kannst bestimmt geil als Geschoss verwenden. Ich geh jetzt doch voll aggro los. Oh Gott. Bitte nicht. Ja, links, oder? Ach, zu schön, es haut ab. Guck, genau da krieg ich mich auch noch raus. Und sie hinterlassen nichts? Ja, sie. War das eigentlich gerade eben die eine? Hm? Die wir vorhin gesehen haben. Die eine? Ja. Die hat Boom gemacht. Die Boom gemacht hat? Das glaube ich nicht. Oh, der ist gut geflogen, gelandet. Mhm. Respekt. Also eigentlich sieht es momentan gut aus von Energie her. Was haben wir da an Munition? Ja, ein paar Schuss. Ist ja eigentlich noch was drin. Nee. Wo ist denn das ganze Geld, das wir vorhin noch hatten? Tja. Für Medipacks und Munition draufgegangen, die du dann an den Vögeln verbillert hast. Vier Medipacks. Und jede Menge Munition. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Scheiße. Was zur Hölle? War das der falsche Weg? Warte, war das okay? Da liegt die Erzieherin mit einem Stuhl zwischen den Beinen. Bäh. Okay. Haben wir jetzt alle Boom gemacht? Ich glaube so. Ein bisschen lang. Hm? So als Kettenreaktion. Da hinten lang. Ah, okay, die Tür hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Es ist hier so verwirrend alles. Warum auch immer da in der Schulklasse die Munition rumliegt. Früh übt sich. Wie lang dieses Kapitel ist für uns, geht da einfach nix, weil ich einfach nix drauf hab. Ich glaube, wir kommen doch ein bisschen länger als die gesagte Spielzeit. Aber gut, wir haben halt auch keine Erfahrung mit so spielen, ne? Das sagen wir irgendwie bei jedem Spiel, ob das genau so ist. Naja. Ist schon anders als Resident Evil. Eigentlich gar nicht, ne? Ja. Wir heißen Isaac und ich Chris. Noch ein bisschen mehr im Hirn als Chris. Ja. Was nicht so schwer ist, weil jede Märchen hat als Chris. Aber das Kapitel zieht sich wirklich ewig. Aber ich glaube, dass das Kapitel jetzt auch rum ist. Oder? Ja, es ist rum. Okay. Ich bin nett von denen, dass du jetzt ein paar Medipacks kriegst. Passt dir auch irgendwie gut hin. Eben. Wo schlaf ich heute? Ich wünsch dir bei der PS3 schlafen. Das müsste eigentlich jetzt Kapitel 7 sein, oder? Das ist ein kompletterer... Nö. Kompletterer Area. Och Mann. Das ist das längste Kapitel. Gibt es denn noch keine richtigen Kapitel mehr? Es sind wir noch zwölf. Mann, sind wir schnell. In einer Minute bist du ja hier durchgerusht. Okay, ist aber einmal drei Uhr. Ich glaube, das Kapitel geht einfach nur so ewig lange, weil du fünf Minuten vor jeder Tür rumspielst. Damit du auch gar nicht durchgehen musst, weil du so ein tierisches Schiss hast. Da könnte Watte hinter sein, Alter. Genau. Ja, aber ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, dass das bald zu Ende sein sollte. Das Kapitel. Ja, das ist eine Sonneunmode. Was ist das denn? Schock mich nicht. Ist da wieder unsere liebe Freundin? Ja, irgendwas halt. Wurde, er wurde als Kind irgendwie mal attackiert. Und hat dann gedacht, ich fette Mechaniker. Was irgendwie keinen Sinn macht. Jetzt sind wir in der Sporthalle. Tatsächlich. Großflässiges Areal. Heißt Endg... äh Boss Gegner. Heißt mehr Platz zum Wegrennen. Boah. Nein. Die sind viel zu groß wie die Kindertagesstätte. Im Vergleich zu den Bombenbabys. Die Bomben machen wie Babys. Guck mal, du kriegst jetzt grad die ganze Zeit drei, ne? Ja, man merkt, wir sind weiter vorangekommen. Oder wir sind einfach auf einem lechtern Schwierigkeitsgrad gelandet. Ja, ist auch so. Ich geb zu, es ist mir vor drei Minuten schon aufgefallen. Ja, ich hab gesehen, dass es drei sind, aber nur beim ersten Mal. Oder kam da noch mehr inzwischen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaub, wir bleiben jetzt auch erstmal auf dem leichten. Ja. Weil... Es ist dunkel. Mensch. Es ist dunkel. Wie weiß ich, der jetzt einfach nicht drüber kommt. Ich geh jetzt nicht. Habe ich mal kurz geheilt. Da liegt die Betreuerin, Nummer 324. Das gefällt mir nicht, ich würd gern hüpfen, aber... Okay. Der sieht ja aus. Das sollte auch mal aufgeben. Oh, was gibt der denn? Ui. Das ist Kohle. Kannst du zwei Schuss für die Nagelkanone? Hm? 400 Credits. Achso. 2400. Ach, 2400. Ja, das ist gut. Hä? Wieso bist du nicht einfach von da hochgeklettert? Keine Ahnung. Ach, die hatten ja eine Aufführung. Süß. Außer wir sehen jetzt gleich den Hauptaufsteller. Das ist eigentlich schon ein ziemlich geiles Navigationsgerät, das einen jetzt hinter der Bühne langfüllt. Boah, nein, die Sonne. Ey, ne, das kann ich jetzt nicht. Ich hab die Sonne besiegt. Äh, ja. Wenn ich jetzt einfach frage, was ist mit dem Farbfilter passiert. Vielleicht wäre das auch so eine Kindheitserinnerung. So, wir sollen bis hierhin gehen. Und speichere ich jetzt auch. Das ist kein Speicherdings. Ich speichere hier trotzdem. Okay. Dafür muss ich einen Mechaniker in die Konsole hacken. Damit das hier anfängt zu fahren. Und der so Grund war, damit wir da hinten hingehen. Sollen wir wieder runtergehen? Warte. Der war nice. Och, nö. Sieht mir irgendwie grad zufall hier. Waren wir jetzt gemischt, Rassic? Äh, gemischt, also... Gemischt? Och, nö. Also, Respekt, du schlägst hier echt nicht schlecht gerade. Nein. Ach, ernsthaft jetzt? Ach, du. Wenn es jetzt das war, dann kann ich übelst viel looten und so. Und nicht war es das. Weil wenn jetzt irgendwas in Richtung Bossgegner kommt... Du musst ihm leider Bescheid sagen, dass du gerade nicht kannst. Du hast keine Munition. Sorry, es geht einfach nicht. Ich hab keine Munition. Sorry, Bro. We're good, Bro. Geht ja gern, aber nee. Nachher, morgen. Ich komm einfach morgen nochmal vorbei. Und dann reden wir da drüber. Ist dir das genehm? Ich meine, du willst auch eine Herausforderung. Hm? Sind jetzt die ganzen Menge hin? Die wurden runtergefahren. Aha. Interessant. Das war den einen, den du da oben direkt erwischt hast. Ja, der war cool. Der noch ewig weit durchgeflogen ist. Ja, ne? Wie viel Munition ist denn das jetzt? 36 und 7. Naja, das ist fast... Ich bin voll sicher. Bist du fast positiv rausgekommen von der Bilanz her. Das bin ich da, glaube ich. Und das ist trotzdem nicht viel. Ich hätte den Müll einfach nehmen sollen. Vielleicht geht das. Ach, guck mal. Die einfach hier Stasen packen und Geld in ihre Spinde packen. So, ist jetzt bald mal gut hier?